das hier ist eric und diese stimme gehört mir annika wir leben zusammen auf unserem seegeboot karl und jetzt taucht ein wir nehmen euch mit in unsere welt und damit herzlich willkommen zum video es ist vorbereitet das bankett das bankett was ist denn ein bankett zum essen bankett heißt das auch ja leute ihr wisst was ich meine wir schleifen auf jeden fall den ganzen dass jemand so was sagt man kennt keine ahnung wir haben uns auf jeden fall einen zweiten exzent exzent der schleifer jetzt können wir einen punkt wir haben mal euch muss ihn suchen vielleicht blende ich ihnen ein wenn ich ihn finde wo ich mich beschwert habe dass annika ellebogen sagt er nicht ellbogen und dann hat jemand drunter geschrieben dass ich auch seit monaten schon exzent her schleifer sagt obwohl es exzent schleife aber es heißt exzent her euch hat mir jetzt schon so eingeprägt dass es richtig ist also wir haben jetzt zwei exzent her schleifer und so einen guten max und einmal hier so einen richtigen oschi bosch mit jeweils 150er scheibe und wir haben 40er schleifpapier das haben wir auch noch gar nicht gesagt wir hatten vorher so billow schleifpapier diese roten und die fliegen nach zwei minuten direkt ab die ganzen dinge deswegen haben wir jetzt vernünftige die ein bisschen länger halten die sind auf jeden fall top ziel ist es heute die komplette steuerbord seite wegzuschleifen wegzuschleifen also wir haben hier schon mal ein bisschen angefangen oder irgendwann schon mal angefangen hier so stellen die werden wir natürlich alle noch ausbessern aber natürlich nicht mit einer 40er körnung weil dann haben wir zu viel von dem gfk also von dem laminat weg das machen wir hinterher mit einer feineren körnung und ja ich würde sagen wir ziehen es jetzt mal an und dann fangen wir an ihr könnt ihr mal schätzen wie lange wir brauchen gebt noch euren tipp jetzt ab also jetzt in die kommentare schreiben nicht das video weiter gucken das bisschen haben wir schon das ziel ist es das alles den kiel noch nicht das alles ich meine an paar stellen ist schon ein bisschen heller und es geht bis da unten hin ja also real life was denkt ihr jetzt in die kommentare schreiben und nicht schummeln nicht weiter gucken und dann erst in die kommentare schreiben seid wer jetzt in die kommentare schreiben Man könnte meinen, wir haben eine Schlacht gewonnen. Du hörst noch nichts? Oh, ich sehe gerade, ich bin etwas blau. Vielleicht ich auch. Vielleicht du auch. Leute, wir haben es fast geschafft. Es sind noch ein paar Flecken. Aber meine 90er Playlist hat 5 Stunden 41 und die habe ich heute gehört. Genau, also wir haben knapp 6 Stunden jetzt dafür gebraucht. Also von vorne bis hinten. Kiel haben wir jetzt noch nicht, Ruder haben wir jetzt noch nicht. Und die Feinheiten haben wir noch nicht. Ich denke mal, also die andere Seite haben wir zum Glück schon. Toi, toi, toi. Ich denke mal, wir brauchen jetzt noch so zwei Tage, also zwei komplette Schleiftage. Und dann sollte das auf jeden Fall passen. Wobei auch, ich denke, das Ruder und der Kiel, das sind halt Sachen, wo man sich dann auch mal setzen kann. Das ist auch mal ein bisschen was anderes. Stimmt. Aber es war auf jeden Fall geil und ich muss sagen, es hat eigentlich Sinn gemacht. Weil wenn der andere schleift und der andere nicht schleift, hört der andere auch immer diese Schleifgeräusche. Und so haben wir jetzt halt einfach beide richtig geballert. Ja, also Noise-Canceling-Kopfhörer ist auf jeden Fall das Must-Have. Und ich kann nur noch mal sagen, unser Schleifer, den wir uns gestellt haben. Ey, also, nur kurz. Wenn ihr was vorhabt mit dem Schleifen, dann kaufe ich euch den Schleifen. Wenn ihr uns unterstützen wollt oder wenn ihr an sich auch einen Exzenter-Schleifer kaufen wollt, kauft ihn. Maxed. Ich bin es nach Werbung für Exzenter-Schleifer. Ja, ist natürlich in der Videobeschreibung. Ansonsten... Keine bezahlte Werbung für den Exzenter-Schleifer, wie gesagt, ist von Amazon, aber es ist einfach ein geiles Teil. Leicht und hat Power. Ja. Hat zu viel Power. Die, habe ich ja vorhin schon gesagt, die Scheiben fliegen ein bisschen weg. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall fast 40... Ne, 30 Scheiben haben wir weggeballert für den Rumpf bis jetzt. 40er-Körnung. Also, nur mal so ein Anhaltspunkt, falls einer auch mal ein Boot schleifen möchte. Mit einer Ziehklinge. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal gesagt habe oder nicht gesagt habe. Also meinte, die Leute haben ja auch so eine Abziehklinge. Wäre bei uns, glaube ich, jetzt nicht so sinnvoll gewesen, weil die Schicht ist an sich nicht dick. Also, das... Also... Aber es ist halt feste, das Zeug. Aber mit der Ziehklinge, glaube ich, wenn du mehrere Schichten Antifouling hast, kriegst du das gut ab. Aber jetzt hier hätte ich, glaube ich, viel zu viel Schiss, dass ich das Laminat beschädige. Ich glaube, die nächsten Tage gibt es auf jeden Fall mal eine Runde Yoga. Oh ja. Damit unser Rücken sich wieder entspannt. Ja, aber zum Glück haben wir noch genug andere Projekte, dass wir jetzt vielleicht ein, zwei Tage was anderes machen können. Vielleicht ein Video schneiden oder sowas. Damit wir dann wieder Power haben. Weil ich kriege immer Muskelkater am übernächsten Tag. Also, morgen könnte ich auch noch schleifen. Aber danach ist dann Endstufe. Leute, wir packen weg und dann sehen wir uns morgen. Ich würde sagen, adios. Und Tschüss ist das richtige Stichwort. Die ersten Segelfreunde verlassen langsam den Hafen. Wir knipsen also nochmal ein paar Bilder, denn man weiß ja nie, wann sich die Wege nochmal kreuzen. Das gehört zum Segelleben dazu. Doch ein Abschied heißt auch ein Neuanfang. Und das erinnert uns daran, dass auch wir bald wieder diesen Hafen verlassen werden. Ja, jedenfalls. Juhu, jetzt gibt's. Ja, jedenfalls. Ich hab's dir noch in meinem Haus. Die Rande Buna. Wie pf. Ciao. Wie pf. Ich tue noch in meinem Haus. Ja, ja. Ciao. Hier war's ja. Ciao. Willkommen von der Baustelle, ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, der Ton passt. Mir ist es in den letzten Videos selbst aufgefallen, dass es hier extrem laut ist. Also vor mir schleifen gerade zwei, hinter mir ist einer am Sandstrahlen sein Boot und ein anderes Boot wird auch noch auseinandergenommen. Ich hoffe, die Tonqualität passt und ihr versteht, was ich hier eigentlich erzähle. Ich zeige euch mal, was wir heute vorhaben oder was ich heute vorhabe. Und zwar sieht unser Ankerkasten bzw. der Rand hier überall etwas mitgenommen aus. Und vielleicht könnt ihr euch jetzt denken oder auch nicht, wir werden das komplette Deck streichen. Das heißt, wir müssen natürlich diese ganzen Unebenheiten erstmal beseitigen. Und das machen wir natürlich mit Epoxidharz. Ja, und ich bin so froh, endlich mal hier oben in einer sitzenden Haltung irgendwas anderes zu arbeiten, außer den ganzen Tag zu schleifen. Weil meine Arme sind einfach wie Pudding. Ich mische jetzt wieder Epoxidharz an, spachtel das alles. Dann muss das natürlich wieder trocknen und dann muss natürlich auch hier oben geschliffen werden, denn es soll ja auch alle Schnieke sein hinterher. Und es wäre ja schön, wenn das die einzigen Stellen wären, die betroffen sind. Aber nein, es zieht sich eigentlich über das komplette Boot. Annika hat hier schon mal ein bisschen was markiert. Also es sind überall Abplatzer. Hier ist ein recht großer Abplatzer tatsächlich. Annika und ich sind ja mittlerweile Epoxidharz-Spezialistin, würde ich mal hier behaupten. Also wir haben ja echt viel jetzt mit Epoxidharz gemacht, die komplette Sprayhut gebaut und ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, der ein GFK-Boot hat oder auch ein Stahlboot wahrscheinlich. Also es gibt auch Epoxidharz in kleinen Gebinden hier. Also man braucht nicht immer direkt einen 15-Kilo-Pot. Und das Epoxidharz, was wir jetzt genommen haben, das kostet 10 Euro pro Kilo. Und zum Beispiel jetzt das hier sind 100 Gramm Epoxid und dann 50 Gramm Harz. Und das wird jetzt wahrscheinlich komplett vorne für den Bereich reichen mit der Spachtelmasse. Gibt ja jetzt auch schon so fertige Gelkut-Spachtelmasse hier und da, aber mit dem selber zusammenmischen, das funktioniert einwandfrei. Man muss halt einfach das Ganze abwiegen und gut ist. Für die Verdickung nehmen wir halt so Baumwollflocken. Das hat sich auch als sehr gut entpuppt. Gut, wir haben jetzt nichts anderes ausprobiert. Es gibt noch so Micro-Boils und noch irgendwas anderes. Aber das Schöne bei den Baumwollflocken ist, man kann halt auch die Konsistenz selber bestimmen. Das heißt, an manchen Stellen, wo gerade vielleicht kopfüber oder wo es sehr viel läuft, dann macht man es halt einfach ein bisschen dickflüssiger. Und ja, an manchen Stellen, wo es kann, wo es ein bisschen verlaufen darf oder kann oder soll sogar, weil es sich dann halt in alle Ritzen reinsaugt, dann kann man es halt ein bisschen flüssiger machen. Das ist auf jeden Fall echt gut. So, und das ist jetzt meine Lieblingskonsistenz, so ein bisschen dickflüssiger wie Mayonnaise. Also wenn man es hält, ja okay, es ist ein bisschen zu dickflüssig. Ja, die Konsistenz ist jetzt eigentlich ganz gut zum Verstreichen, dann klebt es auch wenigstens oder hält es ganz gut. Ohne dass es zerläuft, weil das möchte ich jetzt in dem Beispiel nicht. Und ein kleiner Tipp, ich fühle mich ja immer so komisch, wenn ich Tipps gebe, weil vor zwei Monaten noch nie Epoxidharz in meinem Leben gehört oder so. Und jetzt auch einfach hier die Tipps raushauen. Aber verwendet, also da habt ihr jetzt irgendwie eine halbe Stunde Zeit, das Zeug zu verwenden. Und wenn ihr das verwendet, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ja, es war richtig rumgesagt. Weil Epoxidharz wegschleifen ist echt Pain. Bei der Sprayhood, wir haben lange geschliffen. Das dauert echt. Aber, ach, jetzt haue ich noch einen Tipp raus. Ich haue hier die Tipps raus. Ohne Sekunde. Wenn ihr ein Multitool habt, also das ist jetzt von Bosch, aber ist ja, jede Marke ist ja eigentlich immer baugleich. Die Aufsätze sind ja auch immer fast gleich. Kauft euch auf jeden Fall so ein, ich weiß nicht, das ist normalerweise Gold. Das ist so eine, ja es ist auf jeden Fall irgendwie so ein Abschleifding, aber halt keine Schleifscheibe, sondern das ist es halt feste. Und damit habe ich die komplette Sprayhood schon behandelt. Man muss aufpassen, weil das macht richtig, das ballert richtig. Also da darf man nicht zu tief, dann ist man direkt wieder durch. Aber für grob was wegzumachen, ist das echt Gold wert, weil da spart man sich echt sehr, sehr viele Schleifscheiben. So, jetzt habe ich schon wieder viel zu lange gelabert hier. Ich fange mal an, ein bisschen zu spachteln. Ich fange mal an, ein bisschen zu spachteln. Ich habe keine Lust mehr zu schleifen. Ich auch nicht mehr. Wir müssen mal langsam irgendwas streichen, nicht schleifen. Aber das sieht noch nicht danach aus. Vielleicht noch ein, zwei Tage, aber ich muss mal ein Erfolgserlebnis, also Erfolgserlebnis hat man hier jeden Tag. Ja, wenn man jetzt das Boot abspritzt, wird man zum Beispiel auch sehen, wie krass das schon auch aussieht. Oh, nee, ich kann gerade nicht reden. Können wir das bitte gleich machen? Nee. Wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Meer, haben wir uns so entschlossen. Ich kann ja, ich kann nicht mehr reden. Kein Bock zu duschen. Vielleicht noch im Wasser. Ich bin auch so. Wir haben einen Sonnenbrand des Todes. Die Sonne hat heute sogar... Alter, die hat heute alles gegeben. Genauso wie wir. Wie immer. Oh, das tat gut. Schon, glaube ich, seit zwei Monaten nicht mehr im Wasser gewesen, ey. Geil, Wasser ist einfach geil. Aber wir freuen uns so auf den Sommer, endlich ins Meer springen. Aber hoffentlich ist das Meer dann ein bisschen wärmer. Weil jetzt müsst ihr schätzen, ich guck mal gleich nach, ich hab mal so 15, 16 Grad. Mehr hat das, glaube ich, noch nicht. Noch recht kalt. Ich sag, es ist noch recht kalt, das Wasser. Es ist so herrlich. Herrlich. Das macht so eine Motivation einfach. Das ist einfach immer so schön im Wasser. So, ihr Lieben. Wieder die Abmoderation aus der schönsten Ecke des Bootes. Ihr wisst ja, wir sind hier mitten im Chaos. Aber ganz motiviert geht es in den nächsten Wochen weiter. Und wir wünschen euch jetzt ein schönes Osterwochenende. Statt ein paar Osterer, lasst uns doch gerne ein Abo da. Und falls ihr das schon gemacht habt, hilft uns auch. Ein Daumen nach oben und ein Kommentar. Damit können weitere nette Leute, wie ihr es seid, unseren Kanal schneller finden. Ansonsten bedanken wir uns wieder für eure Zeit, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich würde sagen, bis nächste Woche. Bleibt alle BS free. Esst die Ocean. Macht's gut. Untertitelung des ZDF, 2020